Galaktisches Kräftemessen. In einem erbitterten Überlebenskampf im weit entfernten Solis-System stehen sich republikanische und separatistische Armeen gegenüber. Asai Ventress, Kaun Dokus gerissenste Attentäterin, führt den hinterhältigen Angriff an. Dreizackgruppe 1, Maschinensteuerbord angreifen. Dreizackgruppe 2, schalte die Backbord-Schildgeneratoren aus. Ich kümmere mich persönlich um ihre Brücke. Die Backbord-Deflektoren fallen aus! Ventress! Aufteilen! Anscheinend bin ich ihr Liebling. Jetzt bin ich aber beleidigt. Hinter mir sind nur die Droiden her. Wollt ihr ein Rennen von mir aus? Anscheinend, ich könnte Hilfe gebrauchen. Wo seid ihr? Ich bin getroffen! Ich steuere auf das separatistische Flaggschiff zu! Ich sehe euch! Da ist sie ja! Meister, ihr müsst mir helfen, schnell! Ich bin umzingelt. Ihr habt die Schlacht bereits verloren, Kind. Ich habe eure Verstärkung zurückbeordert. Nein! Ich werde die Jedi zerstören. Ihr werdet schon sehen. Ihr habt mich zum allerletzten Mal enttäuscht. Ihr seid nicht länger mein Lehrling. Und nun werdet ihr sterben. Obi-Wan! Obi-Wan! Oh, danke! Vielen Dank, R2. Das reicht fürs Erste. Ventress, ihr seht etwas blass aus. So sieht sie immer aus. Ihr habt versagt, Ventress. Ergebt euch! Niemals! Jawohl, mein Herr. Ventress kämpft an Bord des Kommandoschiffs gegen die Jedi. Richtet die Kanonen auf unser Kommandoschiff und eröffnet das Feuer. Aber, mein Herr, nach meiner Berechnung würde das Ventress, die Jedi und alle Soldaten auslöschen. Ganz genau. Wir sind auf Position. Eröffne das Feuer. Aber, mein Herr. Da, mein Herr. Ja! Ja! Das ist korrekt. Berechne deine Flugbahn so, dass du im Haupthanger landest. Es ist vorbei. Ernickel, in Deckung! Gerne. Los, verschwinden wir von hier! Schiff verlassen! Schiff verlassen! Schiff verlassen! Schiff verlassen! Schiff verlassen! Das Kommandoschiff wurde zerstört. Unser Scanner zeigt an, dass es keine Überlebenden gibt. Dein Auftrag ist damit erledigt. Ruf die Flotte zurück. Zu Befehl, mein Herr.